Jo Leute, was geht? Klimm am Start wieder mit einem weiteren Video. Diesmal eine Ankündigung anstelle irgendwas anderes. Ich weiß, ihr habt gesagt, ich mache nie Ankündigung, aber ab und zu müssen die dann wirklich mal sein. Ähm, folgendes, bis Dienstag kommen keine Videos von mir mehr und es wird auch kein Livestream am Sonntag stattfinden. Bis Dienstag, weil ich habe bis Montagabend noch ziemlich viel zu tun. Und zwar muss ich was für die Uni machen, was sehr, sehr fucking wichtig ist. Und ich komme da gerade ein bisschen in Zeitnot und von daher geht zeitlich. Mein Tag hat nur 24 Stunden, wie eure auch. Vielleicht hat der eine oder andere 25 Stunden. Dann frage ich mich aber, wo hat der die Zeitmaschine her und warum geht da ein bisschen mehr in die F***? Ich kann bis Dienstag keine Videos machen, aber Dienstag kann ich schon mal sagen, es kommen auf jeden Fall zwei Videos am Dienstag. Und das wird einmal Skytech sein, ganz klar. Und das andere wird ein neues Format sein, kein neues Projekt mit anderen Leuten. Also nicht Craft Attack oder Tech Town, wo ja gesagt wird, dass ich da irgendwie bei bin, was nicht stimmt. Oder andere Projekte jenseits des guten Willens. Es wird auch kein Captive kommen am Dienstag. Vielleicht am Mittwoch wieder, wenn ich es zeitlich schaffe. Aber ab Dienstag bin ich zeitlich eigentlich wieder voll am Start. Vielleicht machen wir dann nächstes Jahr sogar mehrere Livestreams mal schauen. Auf jeden Fall tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr könnt das mal wieder verstehen. Von mir kommen ja in letzter Zeit öfter so Videos. Obwohl ich gesagt habe, ich habe voll viel Zeit. Aber das kam relativ unerwartet, dass ich jetzt so viel machen muss. Eigentlich, ja, letzte Woche habe ich es erst erfahren. Und das ist ein Blättchen, wo ich mir aufgeschrieben habe, was ich sage. Das schmeiße ich jetzt mal weg. Und, äh, schön Blättchen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Bis dann, Leute. Haut rein. Bis dann. ập